Und für uns beobachtet den Prozess mein Kollege Matthias Becker. Matthias, von den Jahren 2004 bis 2010 hat Bushido bereits vor Gericht berichtet. Aber was für Fragen muss er sich heute einstellen? Ja, heute geht es um die Geschäftsbeziehung zwischen 2007 und 2014. Da ganz interessant kommt der Generalvollmacht, der Vertrag zwischen Bushido und Arafat. Eines der besten Freunde, darin heißt es, dass Arafat die Häuser, Autos hätte kaufen können wie Bushido selbst. Er hätte bis auf Eheschließung und Testamentvollmacht, hätte er alles im Namen von Bushido machen dürfen. Darüber wird Bushido heute aussagen und er wird auch nochmal vielleicht das Geld ins Spiel bringen. Es wurde jetzt noch eine Zeugenliste erstellt, was ist darüber bekannt? Ja, die Zeugenliste ist sehr interessant. Das Gericht hat jetzt festgelegt, es sind eine Namensliste mit 36 Personen drauf. Unter anderem auch die Ehefrau von Bushido, Anna Maria. Es ist aber auch der neue starke Rücken, der Aschraf Remmo bei Bushido aufgelistet. Pikant ist, es sind Richter, es sind Amtsanwälte und es sind Strafverteidiger dabei. Hochinteressant, der Haus- und Hofanwalt über viele Jahre von Bushido und Arafat, der Vorsitzende der Berliner Strafverteidiger, ist auch auf der Liste. Das wird interessant. Und natürlich das Hohes-Hu, der Deutschrapper, Kollegah, Samra, Fahri Beng, Ali Boumae, alle sind auf der Zeugenliste drauf. Was für ein Strafmaß könnte am Ende für Arafat Abou-Chaker und seine Brüder dann erreicht werden? Naja, bei Arafat reden wir ja bei der versuchten schweren räuberischen Abpressung, bei einem Straftatbestand von einer Mindeststrafe von einem Jahr. Die geht hoch auf ganz schnell zweistellig. Seine Brüder sind nicht so schwer belastet von den Androhungen her. Da könnten Geldstrafen oder Bewährungsstrafen ausgelobt werden. Aber das ist noch lange nicht so weit, das überhaupt abzusehen. Die größte Strafe, die jetzt wirklich droht, ist die Gewinnabschöpfung. Sprich, dass es Gelder sind aus kriminellen Machenschaften, dass das der Staat einziehen kann, dass vielleicht die Beweislastumkehr Arafat nachweisen muss, dass er das ganze Vermögen, den Kaufvertrag der Villa in Kleinmachno, die ja auch schon auf zweistellige Millionensummen geschätzt wird, nachweisen muss, dass das Geld zum Kauf dieser Immobilien alle aus legalen Geschäften stammt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.